Wenn auch du Elementor benutzt, um deine Webseite zu designen, wirst du sicherlich bereits über die vielen Möglichkeiten gestaunt haben. Doch diese Flexibilität von Elementor hört nicht auf, wenn es um Anzeigen geht. Dank der Vielzahl an Designmöglichkeiten von Elementor kannst du deine Anzeigen genau richtig gestalten, um deine Nutzer darauf aufmerksam zu machen. Ob sie nun hüpfen, hereingeschoben werden, pulsieren oder herumwackeln. Mit Advanced Ads und Elementor werden deine Anzeigen deine Besucher perfekt targetieren. Momentan siehst du einige der Möglichkeiten, die Bewegung deiner Anzeige einzustellen. Aber wie genau konfigurierst du sie? Ganz einfach. Gehe dazu in die erweiterten Einstellungen deiner Anzeige im Elementor Editor und gehe zum Motion Design Tab. Hier kannst du die Art der Animation, die Verzögerung der Einspielung und die Abspielgeschwindigkeit einstellen. Mit Advanced Ads und Elementor entgehen deinen Besuchern deine Anzeigen bestimmt nicht. Advanced Ads, das Ad Management Plugin für WordPress.